Hallo, wir sind auf Wikipedia und zwar auf der Seite Treibhauseffekt und da gibt es hier auf der rechten Seite so eine Zeichnung, so ein Bild und da hatte ich schon ein Video drüber gemacht, da hatte ich versucht dieses Bild zu erklären. Ja, da hatte ich aber eine wichtige Sache vergessen, da hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht in den Kommentaren und deshalb vergrößere ich das und dann erkläre ich mal, was ich da vergessen habe. Gut, also auf der linken Seite des Bildes, das rote hier, da ist die Strahlung eingezeichnet, steht ja auch hier, die von der Sonne an die Erde abgegeben wird. Ja, und hier auf der rechten Seite, das ist die Strahlung von der Erde zurück in das Weltall. Ja, also hier kommen die Sonnenstrahlen an, da ist hier aufgezeichnet, welche Frequenz diese Strahlung hat, zum Beispiel Visible ist englisch und heißt, das ist das sichtbare Licht, also das Sonnenlicht, was ihr seht. Dann haben wir ja, dann hat das Sonnenlicht ja noch einen UV-Anteil, den haben wir hier, ja, der wird aber größtenteils rausgefiltert und so weiter und so weiter. Ja, also die rote Kurve, das ist die ankommende Strahlung von der Sonne zur Erde, ja, das ist die rote Kurve und die blaue Kurve, das ist die Strahlung, die von der Erde wieder zurückgestrahlt wird und zwar in das Weltall. Ja, und das, was zurückgestrahlt wird, das ist Infrarotlicht, das ist also hier Wärmestrahlung. Wärmestrahlung, die kann man nicht sehen, aber die kann man fühlen. Wenn ihr zum Beispiel unter einer Infrarotlampe sitzt, die sendet kaum sichtbares Licht aus, aber ganz viel Wärme und bei der ankommenden Strahlung, da ist es genau umgekehrt, da kommt sichtbares Licht an, im Wesentlichen. Das ist dieser Bereich hier, ja, aber auch noch UV-Strahlung und hier noch so ein bisschen Strahlung, ja, aber im Wesentlichen kommt sichtbares Licht an und unsichtbare Wärmestrahlung wird zurückgeschickt in das Weltall. Ja, und hier unten ist dann auch nochmal die Wellenlänge angegeben, die Wellenlänge der Strahlung in Mikrometer, ja, und da sieht man, die eingehende Strahlung, also das Sonnenlicht, das ist das hier, von hier bis hier, ja. Da gucke ich hier unten, da sehe ich, das hat eine Wellenlänge von 0,2 Mikrometer bis hier, das sind ungefähr so 4 Mikrometer, ja, und die ausgehende Strahlung von der Erde ins Weltall, das fängt dann bei ungefähr 4 Mikrometer an und geht dann hier bis 70 Mikrometer, ja. Ach, hier oben ist ja die Skala auch nochmal aufgezeichnet, ne, von 0,2 bis 70 Mikrometer, ja, oder hier unten ist nochmal die Skala. Gut, jetzt sehen wir hier eine Kurve, aber hier drei Kurven. Ja, warum ist das so? Also, dass die ankommende Strahlung, die kommt ja von der Sonne, und die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von ungefähr 5000 Grad, ne, also 5525 Grad Kelvin, ja, das ist dann die rote Kurve. So, die Erde schickt dann Wärmestrahlung in das Weltall, haben wir gesagt, aber die Erdoberfläche hat unterschiedliche Temperaturen. Ja, das sind dann manchmal, das ist auch bei Wikipedia dann nochmal angegeben, ähm, ich kann das ja mal eben wegmachen, ja, da steht dann hier unten, äh, da gibt es drei Kurven, Violett, Blau und Schwarz, und, äh, die stehen dann für verschiedene Temperaturen. Ja, ja, zum Beispiel, äh, in der Antarktis habe ich minus 63 Grad, das ist dann die eine Kurve, und wenn ich hier in Deutschland oder in Afrika bin, dann strahlt die Erde, dann hat die Erde eine Temperatur von plus 37 Grad, und das ist dann eine von den anderen Kurven, ja, also die Erde hat unterschiedliche Temperaturen, je nachdem, wo ich mich befinde, ne, im Gegensatz zur Sonne, ja, und deshalb habe ich verschiedene Kurven, ne, und drei haben die hier mal aufgezeichnet. Ja, ja, und hier unten sind jetzt verschiedene Gase angegeben, ne, also einerseits Treibhausgase, wie zum Beispiel CO2 oder Wasserdampf oder Methan, ja, das sind Treibhausgase, die heizen die Erde auf, und die wirken im Wesentlichen hier, ja, aber hier sind auch andere Gase, wie zum Beispiel Sauerstoff. Sauerstoff ist kein Treibhausgas, sondern, äh, Sauerstoff wirkt auf die, ein, ist eher ein, äh, kein Treibhausgas, sondern ein abkühlendes Gas, ne, weil Sauerstoff seht ihr, das habe ich hier, ja, und da, das wirkt auf die ankommende Strahlung, auf die Strahlung, die ankommt. Ja, also kann man sagen, wir haben hier Treibhausgase, wie CO2, also Kohlenstoffdioxid, aber auch abkühlende Gase. Gut, und wir gucken uns jetzt diesen Wasserdampf an. Na, Wasserdampf ist ein Treibhausgas, na, sieht man ja, da habe ich hier auf der rechten Seite diese zwei Blöcke, ja, und auf der rechten Seite, das ist ja die, die abgehende Strahlung von der Erde ins Weltall, und da wirkt das eben, ne, als Treibhausgas, das heißt, dieser Wärmefluss, der wird verlangsamt. Ja, also Wasserdampf ist ein Treibhausgas. So, und jetzt muss man dabei sagen, Wasserdampf ist sogar das wichtigste, mit Abstand wichtigste Treibhausgas. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen an nach Verschwörungstheorie, aber das sagt auch der Weltklimarat, bloß die Medien reden nicht viel darüber. Ja, und in der Schule redet man auch nicht viel darüber. Ja, aber Wasserdampf ist mit Abstand das wichtigste Treibhausgas. Ja, gut, meistens wird ja gesagt, Kohlenstoffdioxid, also CO2 ist das stärkste Treibhausgas, aber die Wichtigkeit hängt ja nicht nur von der Stärke ab, sondern auch wie viel davon vorkommt. Ja, und da ist es so, dass in der Atmosphäre viel mehr Wasserdampf vorkommt als CO2 und deshalb ist der Wasserdampf wichtiger. Ja, auch wenn CO2 ein starkes Treibhausgas ist, aber ein starkes Treibhausgas nützt ja nicht viel, wenn es nur wenig vorkommt. Ja, so ist das also gemeint. Also, wir merken uns, Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas. Das, was am meisten, am stärksten in der Atmosphäre wirkt. Gut, und jetzt hatte ich also gesagt, Wasserdampf ist ein Treibhausgas, weil es ja hier, also hier kann man so einen Trennstrich machen, weil es hier auf der rechten Seite wirkt. Bei der abgehenden Strahlung, die wird also sozusagen verlangsamt. Ja, Wasserdampf ist also ein Treibhausgas. Aber ich hatte hier gar nicht groß drauf geguckt. Ich habe diese Hügel hier gar nicht erwähnt. Da hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht. Zumindest glaube ich, dass ich sie nicht erwähnt habe. Ja, und deshalb mache ich jetzt dieses Video. Und wie ihr seht, dieses Treibhausgas-Wasserdampf, das wirkt nicht, also dieser Wasserdampf, der wirkt nicht nur als Treibhausgas, sondern auch als Abkühlungsmittel. Ja, denn diese vier Hügel heißen ja, der Wasserdampf absorbiert Strahlung, nämlich die eingehende Strahlung von der Sonne hier nach unten, also zu uns runter. Ja, und hier ist auch sonst nicht viel zu sehen. Also Wasserdampf ist nicht nur ein wichtiges Treibhausgas, sondern Wasserdampf ist auch ein wichtiges Gas, welches die Erde kühlt. Also das hat einen Kühlungseffekt. Sozusagen kann man sagen, Wasserdampf ist ein Sonnenschirm. Gut, und wenn jetzt dieser Wasserdampf ein Treibhausgas ist, also hier wirkt, aber auch ein Abkühlungsmittel, was die Erde vor Sonnenstrahlen abschirmt. Ja, da stellt ihr euch doch jetzt ganz bestimmt die Frage, welcher Effekt überwiegt denn? Überwiegt der Treibhauseffekt hier oder überwiegt hier der Sonnenschirmeffekt? Ja, die Frage ist falsch gestellt, denn es ist unwichtig, ob der Treibhauseffekt überwiegt oder der Abkühlungseffekt, sondern die wichtige Frage, die lautet ganz anders. Die lautet nämlich, wenn der Wasserdampfgehalt ansteigt, welcher Effekt nimmt schneller zu? Darum geht es ja. Beim Klimawandel geht es ja nicht darum, um einen statischen Zustand, weil der ist ja einfach nur von der Natur vorgegeben. Ja, sondern wir fragen uns ja, was passiert beim Klimawandel, wenn ein Treibhausgas ansteigt? Ja, das ist die richtige Frage. Ja, also nochmal, wenn der Wasserdampfgehalt ansteigen würde, wie das passieren kann, erkläre ich gleich. Ja, dann wird der Treibhauseffekt ansteigen, aber auch der Abkühlungseffekt. Ja, und die Frage ist, welcher von beiden steigt schneller an? Ja, um die Frage zu beantworten, müssen wir uns erstmal die Frage stellen, warum sollte der Wasserdampfgehalt eigentlich ansteigen? Na, also bei CO2, bei Kohlenstoffdioxid ist es ja klar, der Mensch setzt künstlich CO2 frei. Ja, aber auf den Wasserdampfgehalt, da hat der Mensch erstmal gar keinen Einfluss. Also aus den Fabriken, da kommt kein Wasserdampf, sondern Kohlenstoffdioxid wird freigesetzt. Oder wenn ich Auto fahre. Ja, also erstmal ist dieser Wasserdampf konstant. So, aber die Klimaforscher, die haben Folgendes gesagt, wenn ich mehr CO2 in die Luft setze, dann steigt dadurch die Temperatur etwas an. Ja, und wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Ja, das heißt, den Wasserdampfgehalt, der erhöht sich indirekt durch Kohlenstoffdioxid. Ja, das ist diese Wasserdampfrückkopplung. Ja, also nochmal, der Mensch setzt CO2 frei. Ja, dadurch erhöht sich die Temperatur nur sehr wenig, ja, aber sie erhöht sich. So, und wenn ich dann eine höhere Temperatur habe, kann die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen. Und dann habe ich mehr von diesem wichtigen Treibhausgas in der Luft. Gut, das nächste, worüber wir reden müssen, ist folgendes. Und zwar gucken wir uns mal hier diesen Streifen an, wo CO2 steht, also Kohlenstoffdioxid. Ja, und zwar hat der Professor Gante für etwas zu diesem Diagramm gesagt, als ein Gegenvideo zu dem Video eines anderen Physikers. Ja, dieser Physiker, ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, der hatte nämlich gesagt, es gibt gar keinen Klimanotstand und so weiter und kein, ich weiß jetzt nicht, was der alles geleugnet hat. Ja, und da hat der Professor Gante für dieses Diagramm genommen und hat gesagt, das verstehen viele falsch. Und zwar, wenn ich hier bei 100% bin, ne, dieser Berg hier, der geht ja bis ganz oben, bis 100%. Ja, dann hat er gesagt, das heißt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das heißt, dass Kohlenstoffdioxid einmal absorbiert wird, ne, auf dem Weg in den Himmel. Einmal, einmal, ja, so, das heißt aber nicht, dass ich jetzt 100% Treibhauseffekt habe für CO2 an dieser Stelle, sondern dass CO2 einmal die Strahlung absorbiert. Ja, und wenn ich jetzt mehr CO2 in die Luft setze, dann wird, ähm, dann wird die Strahlung mehrfach absorbiert, ne, also grob gesprochen. Ja, das heißt, wenn ich hier auf 100% bin, dann kann ich den Treibhauseffekt trotzdem noch steigern. Ja, gut, das sehe ich genauso wie er. Dieses Diagramm gibt ja, soll einfach nur angeben, äh, bei welchen Wellenlängen, bei welchen Wellenlängen jetzt hier dieser Treibhauseffekt stattfindet. Darum geht's, ne, also, hier steht's ja auch, es geht hier um Wellenlängen, um Wellenlängen und um 100%, ja. Hier habe ich also eine 100% Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass die Strahlung von CO2 absorbiert wird. So, jetzt sagt der Professor Gante für, aber, wenn ich jetzt den CO2-Gehalt verdoppele, ja, das kann ich ja hier gar nicht einzeichnen, dann nimmt der Treibhauseffekt trotzdem zu. Ne, warum kann ich das hier nicht einzeichnen? Ja, ja, das ist ja die Wahrscheinlichkeit, hier habe ich ja 100% Wahrscheinlichkeit an der Stelle, dass das CO2-Molekül mindestens einmal absorbiert. Aber es kann ja durch mehr CO2 mehrfach absorbieren, ja, also 100% heißt noch nicht, dass der Treibhauseffekt am Ende ist, sondern nur 100% Chance, dass mindestens einmal absorbiert wird. Ja, ja, und da muss ich ihm erstmal so Recht geben. Das ist richtig, ja. Ich kann also, wenn ich Kohlenstoffdioxid verdoppel, trotzdem, obwohl ich hier 100% habe, trotzdem den Treibhauseffekt erhöhen. Das ist richtig. So, aber, da muss man ja Folgendes beachten. Es gibt ja viel mehr Wasserdampf in der Atmosphäre als CO2. CO2 sind ja im Augenblick nur 0,04%. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 30 Moleküle Wasser habe, die als Treibhausgas wirken und ein Molekül CO2, ja, dann habe ich also insgesamt 31 Moleküle, die als Treibhausgas wirken. Die anderen Moleküle lassen wir mal einfach weg. Ja, 31, da merken wir uns, 31 Moleküle Treibhausgas. So, jetzt verdoppel ich den Kohlen-CO2-Gehalt der Atmosphäre, ne, also verdoppeln. Ja, das ist ganz viel. Aber dann habe ich ja nur ein Molekül mehr. Statt ein, habe ich zwei Moleküle. Und die Moleküle insgesamt, die als Treibhausgas wirken, ja, die haben sich gesteigert von 31 auf 32. Ja, und das sind dann nur drei Prozent. Das heißt, selbst wenn es uns gelingen würde, den CO2-Gehalt von 400 ppm auf 800 ppm zu erhöhen, ne, da ist ja auch noch die Frage, ob es überhaupt so viel Kohle auf der ganzen Welt gibt, ja, Dann würde sich am Treibhauseffekt nicht so viel ändern, weil man muss ja immer die Gesamtmasse hier sehen, ja, die Moleküle vom Wasserdampf und von CO2. Gut, jetzt halten wir mal fest, was wir wissen. Also, wenn wir CO2 verdoppeln würden, ja, falls das möglich ist, falls wir noch so viel Gas von Russen geliefert bekommen, ja, wenn wir CO2 verdoppeln, dann spielt das für den gesamten Treibhauseffekt, also Wasserdampf, CO2, Methan und so weiter, keine große Rolle. Ja, weil ich habe ja noch ganz viele andere Treibhausgase. So, da gibt es allerdings so eine kleine Rückkopplung, haben wir gesagt, wenn es ein bisschen wärmer wird durch dieses CO2, kann die Atmosphäre mehr Wasserdampf aufnehmen und Wasserdampf ist auch ein Treibhausgas. Ja, aber weil eben das CO2 nicht so wichtig ist, wird dieser Effekt nicht so groß sein. So, jetzt kann man ja sagen, man kann ja mal nachmessen, ne, und das hat man auch gemacht, dem Wasserdampfgehalt der Erde, ob der wirklich durch das CO2 angestiegen ist. Ja, und da hat man ganz unterschiedliche Ergebnisse, der Professor, der Professor Van Bietzen, das ist eigentlich ein Holländer, glaube ich, aber der unterrichtet in den USA, der hat auf YouTube einen Videokurs dazu gemacht, den könnt ihr euch ja mal angucken, der besteht aus, ich glaube, 60 Teilen, aber der ist auf Englisch. Ja, aber der hat das schön erklärt und ich habe da keine Angaben zu gefunden zu diesen Wasserdampfmessungen, ich suche noch. Ja, aber nachdem, er hat gesagt, der Wasserdampf ist nicht viel angestiegen. Ja, und Wasserdampf ist das wichtigste Treibhausgas, wobei er da mehrere Videos gemacht hat, und zwar hängt es auch noch davon ab, in welcher Höhe man misst. Na, in der Höhe wird der Wasserdampf sogar weniger und am Boden wird er etwas mehr. Ja, und insgesamt ist der Effekt aber nur sehr leicht, ne, also wir haben nur ein bisschen mehr Wasserdampf. Ja, und Wasserdampf ist eben das wichtigste Treibhausgas. Na, gut, das Video ist jetzt schon ein paar Jahre alt, ich glaube vier Jahre oder so. Ich kenne jetzt nicht die neuesten Messungen, aber ich denke mal, es kann nicht so viel sein. So, und außerdem haben wir ja bereits gelernt, Wasserdampf ist nicht nur, das sind diese beiden grauen Flächen hier, Wasserdampf ist nicht nur ein Treibhausgas, sondern wegen diesen Hügeln hier ist Wasserdampf auch ein Abkühlungsmittel, wirkt also so wie ein Sonnenschirm. Ja, hier kann man es auch sehen, da ist die gesamte Absorption und Streuung aufgezeichnet, das sind diese Spitzen hier. Gut, jetzt ist diese Betrachtungsweise hier jetzt allerdings etwas einseitig, weil wir haben über verschiedene Sachen noch gar nicht gesprochen, das Thema ist wesentlich komplexer und zwar zum Beispiel über Konvektion. Ja, was heißt das? Also die Erde steht ja hier, sendet Wärmestrahlung ab, Infrarotstrahlung, genauso wie ein Heizkörper. Ja, aber ein Heizkörper in euren Zimmer, der sendet nicht nur Wärmestrahlen, sondern es passiert Folgendes, der Heizkörper setzt die Luft in Bewegung. Ja, also der strahlt nicht nur, sondern er sorgt dafür, dass die Luft, die sich erwärmt hat, nach oben steigt und an der anderen Seite wieder runterkommt. Dann kommt die Luft wieder zum Heizkörper. Ja, das kann man meistens nicht spüren, aber die Luft bewegt sich. Ja, das heißt hier für die Erde, selbst wenn der Wasserdampf und Kohlendioxid sämtliche Strahlung unterbinden würde, so könnte ja doch die Luft nach oben steigen und die Wärme transportieren. Ja, also der Heizkörper oder die Erde, die strahlen da nicht, sondern die setzen Luft in Bewegung. Ja, in der Realität passiert natürlich beides zugleich. Ja, und deshalb kann man auch nicht sagen, die Erde ist ein Treibhaus, weil man sagt ja immer Treibhausgas. Die Erde ist ja kein Treibhaus. Ein Treibhaus hat ja oben Dach und dadurch wird die Konvektion unterbrochen. Da ist ja kein Luftaustausch möglich. Ja, aber in deinem Zimmer bei der Heizung, da rotiert die Luft und auf der Erde auch. Ja, aber im Treibhaus eben nicht. Ja, nur mal so nebenbei bemerkt, warum der Begriff Treibhauseffekt eigentlich verkehrt ist. Ja, also das haben wir hier gar nicht betrachtet. Wir haben nur die Strahlung betrachtet, aber nicht die Konvektionsströme. Ja, und dann gibt es noch ein weiteres Thema, nämlich die Wolkenbildung. Das ist sogar das wichtigste Thema, aber das taucht hier gar nicht auf. Ja, und zwar wenn ich mehr Wasserdampf habe, vielleicht habe ich ja dann auch mehr Wolken. Ja, und wenn ich mehr Wolken habe, was machen die? Also, die arbeiten in beiden Richtungen. Die Wolken, die spenden ja Schatten. Ja, aber wir wissen auch, dass Wolken isolieren. Das merkt man, wenn man zum Beispiel eine wolkenfreie Nacht hat im Winter, dann sind diese wolkenfreien Nächte bitterkalt. Aber wenn es im Winter bewölkt ist, dann ist die Nacht warm. Ja, also Wolken wirken sozusagen genauso wie ein Treibhausgas, aber auch wie ein Sonnenschirm. Ja, denn wenn von oben die Strahlung eintrifft von der Sonne und die scheint oben auf die Wolke, dann absorbiert die Wolke das, beziehungsweise reflektiert. Ja, also Wolken sind ganz kompliziert und es gibt ja auch ganz viele Arten von Wolken. Ja, könnt ihr ja mal irgendwo nachgucken bei Wikipedia, wie viele Arten von Wolken das gibt. Und die Bewölkung ändert sich ja in jedem Augenblick. Das ist sehr schwierig, die Wolken zu zählen. Ihr könnt ja mal zum Himmel gucken und anfangen, die Wolken zu zählen. Ja, und das auf der ganzen Erde, um dann da irgendeine Abschätzung zu machen. Also die Wolken in die Modelle reinzubringen, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Und bei den ersten Modellen der Klimaforscher, da haben die die einfach weggelassen, beziehungsweise eine Konstante genommen. Gut, an der Stelle ein kleiner Warnhinweis. Also, ich bin kein Spezialist für den Strahlungshaushalt der Erde oder sowas. Ja, ich habe eigentlich im Mathematikkanal, ich bin zu diesem Thema gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ja, genauso wie dieses Thema mit den Viren. Da wollte ich auch nichts mit zu tun haben und mit dem Klimawandel auch nicht. Aber das Problem ist eben, wir leben in einem Staat, beziehungsweise in der westlichen Welt, sind die Wissenschaftler mittlerweile zu 100% korrupt. Ja, und die Politiker sowieso. Und die sind beide gesteuert und gekauft von der Hochfinanz. Ja, und deshalb erzählen die nur noch Scheiße. Ja, und deshalb ist es manchmal so, dass Leute, die nicht vom Fach sind, ja, sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Das heißt jetzt, ich habe natürlich nicht so viel Ahnung, ich lese jetzt nicht jede Studie zum Klimawandel oder so. Ja, da habe ich auch gar keine Zeit für, weil wie gesagt, ich habe einen Mathematikkanal. Ja, aber man muss von außen diese Wissenschaftler kontrollieren, auch wenn die mehr Ahnung haben, weil sie sich mehr damit beschäftigen. Ja, weil eben in unserer Welt alles korrupt ist. Wir sind eine Welt, die ist durch und durch korrupt. Ja, und das wird auch immer schlimmer. Ja, und das hängt damit zusammen, dass die Wissenschaft früher vom Staat finanziert worden ist, über Steuern und heute von den Konzernen. Ja, und da liefern die Wissenschaftler natürlich die Ergebnisse ab, die die Konzerne haben wollen. Ja, und das ist dann eben für manche Leute tödlich. Vor allen Dingen natürlich in der Virologie, bei den Viren. Ja, da wurde ja zum Beispiel gesagt, dass die Corona-Impfung keine Nebenwirkung hat. Ist natürlich lächerlich. Lernt jeder Student im ersten Semester, jeder Medizinstudent, dass es ohne Wirkung, dass es ohne Nebenwirkung auch keine Wirkung gibt. Der Leitsatz lautet, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Ja, das heißt, da muss eine Nebenwirkung sein. Und das weiß auch jeder, außer anscheinend alle unsere Wissenschaftler nicht. Na, die sind dann im Fernsehen und behaupten einfach, dieser Impfstoff hat keine Nebenwirkung. Ja, und das Gleiche hat zum Beispiel hier unser Gesundheitsminister auch schon bei der letzten Pandemie gemacht, bei der vorletzten, bei dieser Schweinegrippe. Da hat er sich auch in der Zeitung hingestellt, hat gesagt, die Impfung hat keine Nebenwirkung. Der macht das ja nicht zum ersten Mal. Ja, und davor gab es schon mal einen Skandal. Da ging es um einen Fettsenker. Da hat er an der Studie mitgearbeitet und da sind die Leute dann dran gestorben. Da haben sie das dann vom Markt nehmen müssen. Ja, also das ist jetzt das dritte Mal, dass dieser Lauterbach medizinische Falschinformationen öffentlich verbreitet. Das dritte Mal. Ja, und das als Gesundheitsminister. Und der stellt sich jetzt hin auf Facebook oder Twitter, ich weiß nicht wo, und schimpft über diese Schwurbler und Verschwörungstheoretiker. Ja, wer hat denn jetzt dreimal medizinische Falschinformationen verbreitet? Die Querdenker oder unser Bundesgesundheitsminister? Ja, oder nehmen wir diese Masken, wo man uns erzählt hat, wir müssen alle Masken tragen. Das stand auf jeder Verpackung drauf. Diese Maske schützt nicht vor Viren. Das weiß auch jeder. Trotzdem mussten wir die tragen. Später kam raus, das hat alles nichts genützt. Oder Lockdown hier. Genau das Gleiche. Oder überbelegte Krankenhäuser. Kam raus, die waren gar nicht überbelegt. Ja, die haben ja noch Videos gedreht, weil sie zu viel Zeit hatten. Ja, also eine medizinische Fehlinformation nach der anderen. Und letzte Woche hat sogar dieser Lauterbach getwittert, der hat diese Studie wiederholt zum Klimawandel, dass die Temperatur in Europa um 30 Grad sinken könnte. Also praktisch eine neue Eiszeit. Aber auf seinem anderen Kanal, auf Facebook, verbreitet er die Nachricht, dass er an einem neuen Klimaschutzplan arbeitet. Also an einem Plan, wie wir uns vor Hitze schützen können. Ja, man muss sich da mal vorstellen. Der Mann warnt auf Facebook vor großer Hitze und auf Twitter vor Temperaturen wie in der Antarktis. Ja, also wir wissen bereits, die Erde geht unter. Wir wissen bloß noch nicht, ob wir verbrennen oder erfrieren. Ja, für die SPD hat sich das natürlich gelohnt. Der Impfstoffhersteller Pfizer, der hat den SPD-Parteitag gesponsert. Ja, das heißt, die hängen alle miteinander zusammen. Die Wissenschaft, die Konzerne und die Politiker. Ja, und die Medien auch. Die haben auch Millionenspenden erhalten von Bill Gates. Der war ja Biontech und Pfizer-Investor. Ja, das heißt, die hängen alle zusammen. Und deshalb musst du dir darüber im Klaren sein, alles, was du in den Medien hörst und alles, was Wissenschaftler sagen oder Politiker, ja, das kannst du alles vergessen. Das ist so 90% Lüge. Ja, und ich bin nicht daran schuld oder irgendwelche Querdenker, wenn man der Wissenschaft nicht mehr vertrauen kann. Das ist eure Korruption, die das Vertrauen zerstört hat. Ja, Lobbyismus und Korruption. Das liegt nicht an den Querdenkern. Die Querdenker sind nur eine Folgeerscheinung von eurer Korruption und von eurer Geldgier. Ja, natürlich gibt es unter den Querdenkern auch irgendwelche Leute, die sind vollkommen verrückt. Ja, das bezweifle ich ja gar nicht. Aber die Ursache dafür, dass es überhaupt ein Interesse gibt von Nichtwissenschaftlern, sich mit diesen Themen zu beschäftigen beziehungsweise mit fachfremden Leuten, ja, das ist eben eure Korruption oder Lobbyismus. Gut, am Ende machen wir noch ein kleines Gedankenexperiment. Ich habe hier ein Diagramm und hier haben wir das Jahr 1000, also Mittelalter, Ritter und so weiter. Und hier haben wir das Jahr 1700. So, jetzt wissen wir, in Europa sind die Temperaturen zwischen dem Jahr 1000 und dem Jahr 1700 gesunken. Hier hatten wir die kleine Eiszeit. Ja, und jetzt machen wir mal folgendes Gedankenexperiment. Wir stellen uns vor, im Mittelalter hätte man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehabt und Zeitungen. Ja, was wäre dann passiert? Die hätten dann 700 Jahre lang jeden Monat gemeldet, dass es wieder einen neuen Kälterekord gegeben hat. Ja, und zwar 700 Jahre hintereinander immer neue Kälterekorde. Ja, was hättet ihr dann gedacht? 700 Jahre, das sind 30 Generationen hintereinander. Ja, wir waren jetzt seit ein, zwei Generationen, waren die vor dem Klimawandel, aber hier hatten wir 30 Generationen verfallende Temperaturen. 30 Generationen hintereinander. Ja, was wäre denn da passiert, wenn die Menschheit 30 Generationen hintereinander hört, dass wieder ein neuer Temperaturrekord gefallen ist, also Kälterekorde. Es geht ja bergab. 30 Generationen 700 Jahre lang Kälterekorde. Da hätte doch niemand gesagt, da kommt jetzt die Wende. Aber die ist ja gekommen. Ja, die kleine Eisheit hat dann aufgehört und dann ging es steil nach oben. Ja, und deshalb sage ich, macht doch mal einfach Folgendes, wartet doch mal einfach noch 700 Jahre ab. Ja, wenn jetzt die Temperatur nämlich 700 Jahre ansteigt, 700 Jahre hintereinander, neue Kälterekorde im Radio und TV, ja, dann wäre das nämlich immer noch normal. Und deshalb mache ich mir noch überhaupt gar keine Sorgen. Die Sorgen mache ich mir erst in 800 Jahren, wenn dann die Temperatur immer noch ansteigt. Da könnte man mal überlegen, ob das unnormal ist. Ja, aber die nächsten 700 Jahre, verspreche ich euch, mache ich mir keine Sorgen darüber. Ja, jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen, warum glauben denn die Menschen alles, wenn ein Wissenschaftler das behauptet? Ja, die Wissenschaftler haben die Rolle der Religion eingenommen. Wenn früher ein Pastor oder Bischof etwas gesagt hat, dann haben die Menschen das einfach geglaubt. Der Papst hat sogar gesagt, er ist der Stellvertreter Gottes und die Menschen haben es geglaubt. Ja, und so kam es dann eben zum Ablasshandel oder zur Hexenverbrennung. Die haben einfach alle mitgemacht, weil eine Autoritätsperson das befohlen hat. Ja, so, und die Religion ist jetzt tot. Unsere neue Religion ist die Wissenschaft und diese hohe Priester der Wissenschaft, also die Wissenschaftler, die haben die gleiche Autorität. Ja, und wenn die etwas anordnen, dann machen die Leute das. Die meisten wehren sich nicht, außer die Querdenker. Ja, und das kann man auch beweisen. Dazu gab es einen Vorfall, das sogenannte Milgram-Experiment. Da haben Wissenschaftler Menschen aufgerufen, und zwar Studenten, ihre Mitstudenten zu ermorden. Und wisst ihr, was passiert ist? Die haben das gemacht. Ja, beim Milgram-Experiment. Ist ein grausames Video, müsst ihr euch angucken. Also, ich habe wirklich gezittert danach. Die haben wirklich ihre Mitstudenten umgebracht, beim Milgram-Experiment. Ja, und nur, weil ein Wissenschaftler das gesagt hat. Ihr müsst die jetzt umbringen. Ja, ein sehr erschütternder Versuch, aber der erklärt alles, und das sollte man wirklich gucken, dieses Video, weil das erklärt alles, was gerade hier in Deutschland vor sich geht. Dieser Glaube an der Wissenschaft, der geht so weit, dass die Leute sogar bereit sind, für diese Wissenschaftler zu töten. Gut, aber wir sind jetzt am Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich.